So, hallo, heute ist der 4. Dezember und heute machen wir zusammen das vierte Türlauf. Mal schauen, ob es herauskommt. Und es kommt heraus, ein 2.12 Uhr an Spätkopp und ein Kagnett trocken von Michael Piss. Mal schauen, wie der schmeckt. Schöne gute Spätkopp-Underfarbe, tolle Fruchten und freie Verkehr schon. Tolle Frucht im Gaumen, ausdrucksvoll, sehr kräftig. Toller Spätkopp-Under für die Advents- und Weihnachtszeit. Das wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal, Advents- und Weihnachtszeit. Und denkt daran, noch 20 Mal schlafen, dann ist Weihnachten. Viel Spaß noch.